Ich erkläre dir jetzt eine Frau. Danke. Darf ich dir was fragen? Bist du Single? Ja. Guck mal hier, das ist der Lukas. Ja, hi. Der ist Single, der studiert Jura, gut aussehend, durchtrainiert. Ja. Wollt ihr euch mal kurz connecten? Wie alt bist du denn? 22. Guck mal hier. Jurastudent, Lukas. Ich bin 20. Cool. Können wir ein Foto machen? Achso, ja. Jetzt geht's aber los hier. Machen die jetzt ein Foto? Wir machen jetzt ein Foto. Okay, okay. Was wird das? In welche Richtung? Nein, nein. Danke.